Guten Morgen aus Luxemburg. Wir haben heute unseren Agrar- und Fischereirat und die Nacht über wurde sehr intensiv verhandelt, denn am Ende geht es darum. Heute Nacht wurde sehr intensiv verhandelt, denn bei der Fischereiquote geht es um ganz, ganz starke Einschnitte, auch für unsere Ostseefischer. Und wir können bis dato das nicht teilen, was die Kommission vorgelegt hat, denn wir möchten eine nachhaltige Fischerei, die ganzheitlich wirklich einen Bestand auch schützt. Und es kann nicht sein, dass unsere Fischerei in der Ostsee massive Einschnitte hinzunehmen hat. Aber auf der anderen Seite wird währenddessen in nördlicheren Gewässern, sei es in Kattegat oder Skagerak, wird weiterhin gefischt und überfischt. Und das muss zusammen nachhaltig gemanagt werden. Und diese zwei unterschiedlichen Herangehensweisen an das Management, das können wir so nicht mittragen. Wir sind jetzt noch aktuell in den Verhandlungen. Es wird auch hart werden, was die Freizeitfischer anbelangt. Also die Reduzierung zum Beispiel beim Lachs auf ein Fisch pro Person, pro Tag, Stichwort Backlimit. Das sind starke Einschnitte. Und deshalb werde ich auch zu einem runden Tisch unsere Fischereibranche mit einladen. Denn wir müssen schauen, wie wir die Fischerei den Sektor unterstützen können. Sei es mit speziellen selektiven Fischfangmöglichkeiten, sei es mit Stilllegungen oder anderen Unterstützungen. Dann wird es heute früh, nachdem der Fischereipunkt abgeschlossen sein wird, um die EU-Waldstrategie gehen. Und bei der EU-Waldstrategie geht es uns sehr klar darum, dass wir die die Resilienz unserer Wälder unterstützen. Es ist nicht nur gute Tradition, sondern gute Praxis, dass die Mitgliedstaaten zuständig sind für das Thema Waldbewirtschaftung mit den Fachleuten. Und für uns heißt das am Ende, dass wir die Multifunktionalität unserer Wälder, die Nachhaltigkeit, die Standortangepasstheit so fortführen müssen, dass sie auch in die Biodiversitäts- und Klimastrategie passen. Aber wir sind sehr klar dagegen, dass die EU-Kommission sich diese Zuständigkeit auf die supranationale Ebene zieht und gegen das Subsidiaritätsprinzip dann auch entscheidet oder agieren möchte. Und da sind wir uns sehr, sehr einig mit der Mehrheit der Mitgliedstaaten und haben dementsprechend auch eine Erklärung unterzeichnet. In Österreich, aber auch in Deutschland. Ein ganz wichtiger Punkt heute noch wird Fit for 55 sein. Da wird es auch um die Klimaschutzmaßnahmen gehen, aber auch um den Tierschutz wird es heute gehen. Es geht darum, wie wir die bereits bestehenden Tierschutzmaßnahmen und Bestimmungen noch stärker harmonisieren und optimieren können, um dem Tierschutz gerecht zu werden. Es wird aber auch um Haustiere gehen, wenn es um den Handel zum Beispiel geht, um den Transport geht, dass wir stärker hier den Tierschutz auch in den Fokus rücken, aber das dann auch innerhalb der gesamten EU dann auch harmonisieren.